Jährlich erleiden in Deutschland tausende Personen einen behandlungsbedürftigen Hörsturz. Weltweit gibt es keine zugelassene effektive Therapie zur Behandlung von Hörsturz. Die Idee unserer Technologie basiert also auf dem klinisch ungedeckten Bedarf zur effektiven Wirkstofftherapie von Hörstörungen. Bacta Implants stellt Patienten individualisierte wirkstofffreisetzende elastische Implantate mittels additiver Fertigung her, um Hörsturz zu therapieren. Das Rundfensternischen Implantat wird im Mittelohr implantiert, wo es dann lokal seine Wirkstoffe freisetzt und gezielt das Innenohr therapiert, ohne dass hierfür das Innenohr selber chirurgisch eröffnet werden muss. Das Besondere bei der Entwicklung unserer Implantate ist die enge Verknüpfung mit der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover. Unser interdisziplinäres Team sowie der tägliche Austausch mit den Medizinern hat diese Entwicklung möglich gemacht und wir haben sogar schon erste individuelle Heilversuche im Patienten erfolgreich durchgeführt. Unsere Vision ist die Revolutionierung der Hörsturztherapie mittels unserer Implantate. Bacta Implants – Your Personalized Therapy